Na, ich warte mal auf ihn. Ich sehe, ob er noch rauskommt. Ah, da ist er. Ich war fast tot. Also corrupted war ich. Ja, jetzt nichts mehr. Nichts mehr. Das lädt sich ja schneller, relativ schnell, relativ schnell wieder nach unten. Aber es kommt halt auch immer wieder, ne? Danke. Kann ich mit diesem Dust irgendwas machen? Craft. Okay. Ist gestorben. Nein. Nein, aber... Wie schreibt man das? Roasted Pro mit Doppel-E-R, ne? So, nee. Ich hoffe, er weiß, was ich meine. Aber eigentlich ja schon. Das sieht aber besser aus. So. So, gehen wir nochmal rein. Ich nehme schon so lange auf, das war echt nicht geplant. Eigentlich wollte ich nämlich noch was anderes aufnehmen heute, aber ich glaube, ja. Wie, wenn ich alles habe, wofür denn? Ja, mir fehlt Warm War 2 und dieses Fell. So, davon habe ich ja nicht so viel. Seedian kriege ich hin, locker, Iron kriege ich auch locker hin, Twain auch, kann ich mal anlocken. Okay, Diamanten. Was hat er eigentlich für eine Rostung, kann ich mir das angucken? Mit dem Sonntag eben noch, kann ich nicht. Hm. Aber ich muss ja... Ja. Äh, ich muss ja die erst machen, um die freizuschalten. Und ich muss, obwohl ich die schon mehr freigeschalten habe als die... Ich kann auch das machen. Ich brauche das hier. Ja, und das. Wir brennen gleich. Also ich zumindest. Oh, ich habe eine Klatsche einfach, was ich mache, aber... Also, ja, guck mal. Man ist voll schnell irgendwie auf den Treppen. Oh, man nicht sprintet. Was machen wir denn jetzt? Warten, bis wir verbrennen? Es schliert heute ein bisschen nach irgendwie. Na ja, gut. Es ist schön, wenn die Charaktere so ineinander stehen. Das ist toll. So zum Beispiel. Ja, ja. Oh. Oh, oh. Kann ich rennen? Nein, lass mich in Ruhe. Ja, mach den weg. Ich. Ich brauche erst noch eine Eisenrüstung. Ich bin ein Noob. Vergiss das nicht. So, jetzt kann ich schreiben. Ich. Ich. So. Erst noch meine Eisenrüstung. Rüstung. So. Ey. Wasser. Ich weiß immer noch nicht, wofür die da sind. Aber ich finde sie lustig. Holz. Ah, das habe ich nicht gesehen. Oder habe ich das abgebaut? Vielleicht sollte ich das auch mal so machen mit so Grundstoffen. Oh. Äh, ja. Ich brauche trotzdem Fell. Aber das Fell kriege ich ja eher hin. Was eher fehlt, ist das hier. Zwei. Zwei. Jetzt habe ich eine Diamant-Leggings an. Ähm. Kann ich die freischalten? Nein, ich muss ein Diamant-Schwert craften. Momentchen. Wie sieht es denn damit aus überhaupt? Arctic. Ey, das ist doch nicht wahr. Was man alles braucht. Das ist so krass. Aber. Jetzt wird er hier alles raus. Ey, das hätte ich gehabt. Er hat nur sechs davon. Gib die mir bitte nicht. Gib mir bitte nicht die warm-Dingens. Warm-Teile. Mach das nicht. So. Warum? Das ist echt nicht cool. So. Warte, jetzt nicht schnell. Extract. Diamond. Das müsste ich doch aus dem für den Diamant-Schwert. Danke. Ja. Also, hallo. Was ist denn heute los mit dem Schreiben? Ich muss aber jetzt dann zurück. Oder hat er hier? Hatt ihr. Was? 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 Was macht der denn? Nimm mal dein Zeug hier raus. Ich würde gerne was bauen. Ähm. Ja, nee. Das ist ja doof. Ja, hab ich doch jetzt. Ich... Ähm. Hat er hier noch irgendwo? Ah, das kann man daraus machen. Okay. Interessant. Ich muss trotzdem zurückgehen. Weil du deine Dinger hier mit so Kacke blockiert hast. Extra Diamanten. Ja, danke. Äh, wo ist denn hier die Tür? Ich muss hier raus. Geht die Tür wieder zu? Ja. Ähm. Komm bitte hinterher. Denk nicht, dass ich vor dir jetzt wegrenne. Äh, ich brauche... Äh, hallo. Also, manchmal... Hä? Hä? Warum geht das nicht? Nein! Ich brauche... Das Dingens. Das hier. Äh. Äh. Nein. Ah, kacke. Ich brauche... Er ist nass. Extract Diamond Ore. Extract... Alter, Mann! Diamond Ore. Ich will das... Ich rauche... Oder habe ich jetzt Rauch oder Bauch geschrieben? Komm. Jetzt schnell ab. So. Was habe ich denn noch gesammelt? Joghorn. Ja, okay. Ich brauche... Okay, ich komme mit euch. Oh, okay. Dann wollen wir die Lampen wegmachen. Und das hier... Okay. Ja, okay. Ich mache das gerade mal schnell weg. Ähm... Da fehlt immer noch was. Steine. Er ist voll. Na super. So. Und Arkstone. Auch hier rein. So, wo ist er? Ja, Mensch. Ich komme ja schon. Ich bin ja schon da. Wenn ich hier rausbekomme. Moment. Ach, da ist er. So, ich bin da. Wir können gehen. Ja, und jetzt? Hallo? Klar. Ah. Ah, okay. Ja, aber die waren aber nicht da bei mir. Die waren weg. Die waren eindeutig weg. Hä? 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 Als ob... Höhle. Hä? Hä? Ich habe mich gerade verarscht. Aber ist okay. So, ich bin jetzt wieder hier. Ich muss nur kurz lesen und verwirrt sein. Oh, die Fies sind so süß. Wie denn? Alle oder nur eine? Oh, wie cool! Ich habe... Ich habe... Das war ein Stark. Zünde die mal bitte. Mach die mal an. Ich brauche ein Thumbnail. Yeah, wie cool! Vor allen Dingen die Aussage. Super. Richtig gut. So. Das fiel. Ah, das ist das Horn, okay. Wir haben diese Health-Portion. Nicht immer hau... Okay, gut, dann hau ich nicht mehr. Nein, Spaß. Gut. Das wollte ich eigentlich gar nicht machen, was ich gerade mache. Ja, ich bin jetzt da. Es tut mir leid, dass ich dich haue. Ist hier noch einer? Ich war ja auch schon hier in so einem Canyon-Ding. Ähm... Da waren welche. Aber da waren mehr so diese Fliegeviecher. Also die schlafen und dann... Ja, nicht mehr schlafen. Äh! Idiot. Also ich. Bei mich. Selbst. Wie immer. Ah, was ist denn? Ich bin heute wieder so richtig talentiert, merke ich gerade. So wie fast immer. Natürlich. Aua! Ich hau jetzt nicht, ne? Aber ich fühl mich so komisch, wenn ich daneben stehe, zugucke und... Ja. Aber okay. Anweisung... Vom Chef. Ich fülle hier ja nur... Äh, ich... Warte. Was? Ich kann kein Deutsch. Ähm... Ich komm ja nur mit den Anweisungen nach, wenn mach ich ja nicht. Ja, jetzt kommen sie zu mir. Dankeschön. Ja, jetzt kommen sie zu mir. Hey, guck mal. Voll gut. Hast du das gesehen? Ähm... So. So. Worauf warten wir? Auf den nächsten, der kommt. Ich warte mit. Ausatmen. Vielen Dank.